Erstmal bei zahlreichen Kommentaren bedanken, die da gesagt haben, du kannst doch deine Flaschen nehmen und Benzin von anderen Autos holen. Also von diesen Fahrzeugen, die man warten kann oder eben wieder zurecht machen kann. Oder Fahrter zur Tankstelle. Da ich aber immer noch keine Karte habe, ist das schlecht mit Tankstellen suchen. Aber ist okay. Ich meine es mit den Flaschen, das werden wir auf alle Fälle probieren. Und dann kam noch ein Kommentar, oder es war derselbe Kommentar, der meinte, dass mein Säckchen, dass wenn ich sterbe, liegt ja was da, zu einer gewissen Zeit. Und beim letzten Mal sterben hätte ich locker geschafft, was zu...